Grüß Tricks, der Kreuzfahrt-Podcast. Hallihallo, Franz Neumeyer in München, servus. Hallo Jerome in Horb am Neckar. Genau, Jerome Ronell hier. Und du hast wieder unterwegs, allerdings war das ein bisschen schwierig für dich unterwegs zu sein. Du wolltest eigentlich von München nach Hamburg fliegen. Ja, Inlandsflüge ist nicht so toll, aber als Journalist hat man manchmal einfach nicht die Wahl. Beziehungsweise du wolltest, aber Streik bei der Lufthansa. Du musstest mit dem Zug hinfahren, was ziemlich schwierig war, weil du zum Beispiel an den Bahnhof musstest, zu einer Zeit, wo noch überhaupt keine Straßenbahn zum Bahnhof fährt. Ja, ich will jetzt auch weder die Gewerkschaft noch Lufthansa hier in irgendeiner Form kritisieren für diesen absurden, aberwitzigen, absurd, irrsinnigen, völlig bescheuerten und wie ich finde, absolut unverhältnismäßigen Streik. Aber dazu wollte ich ja jetzt nichts sagen. Ich reg mich nur einfach maßlos auf darüber, dass 180.000 Passagiere diesen Kleinkinderstreit von Lufthansa und Ufo austragen müssen. Das regt mich jedes Mal wieder unglaublich auf, dieser Irrsinn, dass man in modernen Zeiten keinen Weg findet, den Streit um 5,50 Euro mehr oder weniger auf eine Weise auszutragen, der irgendwie zivilisiert ist und fair ist den Passagieren gegenüber. Aber gut, darüber müssen sich die Flugbegleiter, aber auch das Management von Lufthansa vielleicht mal separat Gedanken machen, was sie ihren Kunden da eigentlich antun. Eigentlich sollte mein Flug ja ganz normal gehen. Der war nämlich Bestandteil vom Regulär, also von dem Notfallflugplan. und bis am Abend um halb acht vor dem Flug stand er auch als planmäßiger Programm und dann hat Lufthansa den wegstorniert. Netterweise ohne einem das mitzuteilen, das heißt, das musste man auch noch selber merken. Gut, dann habe ich halt am nächsten Morgen um halb fünf ein Taxi zum Bahnhof genommen und bin sechseinhalb Stunden mit der Deutschen Bahn nach Hamburg gefahren. Dachte ich, weil es waren dann sieben Stunden, weil Bahn und pünktlich, ja, du weißt, findet nie statt. Am Ende bin ich also dann auf dem MSC Grandiosa gekommen und das ist, glaube ich, das Einzige, was zählt. Und immerhin bin ich dann auf dem Hiemweg klimaneutral gereist, zumindest am Hinweg. Am Rückweg habe ich mir dann doch, ja, bin wieder geflogen. Apropos klimaneutral. Diese Folge wird ja gesponsert von meravando.de, wo sie die CO2-Kompensation zu ihrer Schiffsreise geschenkt bekommen. Dankeschön für die Unterstützung. Und apropos Kompensation. Bevor du da hingereist ist, gab es noch eine Pressekonferenz von MSC. Da warst du nicht, aber du hast es natürlich selbstverständlich mitbekommen. Und vor allem hast du eins mitbekommen, eine ziemliche Sensation, wie ich finde. Man muss ja eins sagen, die Kreuzfahrtindustrie steht ja in der Dauerkritik, was die Klimaneutralität betrifft. Und ja, es ist keine sehr saubere Geschichte, obwohl sie immer sauberer wird. Aber MSC hat sich jetzt was ausgedacht, um ja, was zu tun fürs Klima, ne? Ja, also vielleicht mal die zwei Sachen nicht so, du weißt das, aber man muss es nochmal betonen, nicht durcheinanderschmeißen. In der Kritik steht die Kreuzfahrt, ja, vor allem eigentlich wegen den Emissionen, also wegen den Schadstoffen. Klimaneutralität ist immer das Thema CO2. Da kann man einfach bei fossilen Brennstoffen zurzeit nicht viel machen. Solange man fossile Treibstoffe verwendet, entsteht einfach CO2. Und das ist völlig egal, ob ich dann mit dem Auto fahre oder in Kraftwerk betreibe oder was auch immer. Also insofern kann man da wenig machen. Aber MSC sagt jetzt, wir machen trotzdem was. Wir können zwar technisch nichts machen, aber MSC hat angekündigt, dass sie ab 1. Januar 2020, also in anderthalb Monaten, sechs Wochen, sieben Wochen von jetzt ab, den kompletten Flotten-Schiffsbetrieb von MSC Cruises kompensieren wollen. Also sie wollen wirklich das, was an CO2 bei den Schiffen ausgestoßen wird, ja, durch Klimaprojekte kompensieren und ausgleichen. Was also, ja, dieser Kompensationsdenkweise nach zu einem klimaneutralen Schiffsbetrieb. Das kostet aber Geld, logischerweise. Wer soll das bezahlen? Wird das über höhere Ticketpreise dann bezahlt oder wie haben die sich das gedacht? Also MSC sagt ausdrücklich, sie zahlen das, das Unternehmen zahlt das, soll nicht auf die Ticketpreise umgelegt werden. Das kannst du natürlich jetzt, da kannst du endlos darüber diskutieren. Das kannst du natürlich nicht nachprüfen, das kannst du nicht kontrollieren. MSC ist keine Aktiengesellschaft, deswegen kannst du es in Bilanzen auch nicht irgendwo nachprüfen. Da muss man einfach Vertrauen haben, das muss man einfach glauben oder nicht glauben, das muss jeder für sich halten. Man kann die Preise ja so ein bisschen anschauen. Ich glaube, der Markt gibt zurzeit keine höheren Preise her, schon deswegen wird es kaum anders sein. MSC sagt schlicht und einfach, wir sind ein Familienunternehmen, wir sind eben nicht börsennotiert, deswegen müssen wir auch keinen Shareholdern irgendwelche Rechenschaft über geringere Gewinne abliefern, weil wir das tun. Und MSC sagt, wir haben unsere Klimaverantwortung entdeckt oder tragen die jetzt mehr in die Öffentlichkeit als Familienbetrieb, der seit ein paar hundert Jahren offensichtlich in der Schifffahrt sich engagiert, davon lebt, wollen wir unsere Verantwortung übernehmen und das tun. So ist das, wie MSC es kommuniziert. Und natürlich ist es ein Vorteil, wenn man als Familienunternehmer eben niemand gegenüber Rechenschaft abliefern muss, also keinem Aktieninhaber erklären muss, kein Großinvestor erklären muss, warum sein Gewinn sich schmälert, weil man was für die Umwelt tut. Insofern habe ich da jetzt schon ein gewisses Vertrauen. MSC hat in der Vergangenheit, also gerade in den letzten Monaten, in den letzten zwei, drei Jahren bei dem Thema sehr, sehr viel gemacht und machen jetzt auch nicht nur diese Kompensation. Das muss man ja auch mal sagen. Kompensation ist ja nichts, was man als Alibi verwenden sollte. Kompensation ist nichts, was man verwenden sollte, um zu sagen, damit haben wir unseren Teil getan und jetzt sollen wir die anderen. Sondern Kompensation funktioniert ja auch nur dann oder ist nur dann sinnvoll und auch moralisch vertretbar, wenn man gleichzeitig daran arbeitet, den eigenen Betrieb wirklich dauerhaft langfristig klimaneutral hinzubekommen, also technische Lösungen zu finden. Die gibt es für die Kreuzfahrt logischerweise noch nicht. Man könnte jetzt ein LNG-Schiff bauen, mit dem man mit klimaneutralem, also mit synthetisch erzeugter Energie fährt. In den Mengen gibt es so einen Treibstoff noch nicht. Das kommt vielleicht in den kommenden Jahren irgendwann. Aber am Ende muss man natürlich parallel auch die technische Entwicklung vorantreiben, um irgendwann mit der Kompensation aufhören zu können und tatsächlich klimaneutral zu sein. Und auch das sagt MSC ausdrücklich, streben Sie an. Ich würde es aber trotzdem gerne mal irgendwie so in eine Relation bringen. Jetzt ist es ja ein Familienunternehmen. Das heißt, wir wissen jetzt nicht genau, wie viel Gewinn macht der MSC eigentlich jedes Jahr mit der Kreuzfahrt. 50 Millionen, mal angenommen, Sie machen das wirklich. Kann man das nicht irgendwie in Bezug setzen zu dem Gewinn, den die jährlich haben? Also wenn die, was weiß ich, 500 Millionen jedes Jahr Gewinn haben, dann wären 50 Millionen natürlich realistisch. Ja, wir haben aber keine Ahnung, wie viel Gewinn, ob MSC überhaupt gewinnen. Also meine MSC Cruises ist ja ein Teil von MSC, ich glaube der zweitgrößten Containerräderei der Welt. Also da steckt ja ganz, ganz viel dahinter. Und weiß schlicht und einfach nicht, ob und wie viel MSC Gewinn macht. Insofern kann man da keine wirkliche Relation herstellen. Aber ich denke mal, wenn man so viel Geld für Schiffe ausgibt, 50 Millionen im Jahr ist machbar. Also du hast jetzt gerade die 50 Millionen gesagt. Ich glaube, wir haben vor unserer Podcastaufzahlung die 15 Millionen gesprochen. Das ist keine Zahl, die MSC offiziell nennt. Also MSC nennt keine Zahlen dazu im Moment. Das Projekt ist bei denen auch am Anfang. Also sie sind relativ früh wohl an die Öffentlichkeit gegangen, ohne jetzt ganz im Detail genau zu wissen, welche Projekte wo, was sie machen. Das war jetzt so eine Überschlagsrechnung von mir persönlich. So ein bisschen die Umweltbilanz angeguckt, zu schauen, wie viele Kreuzfahrten machen sie pro Jahr. Wie viele Passagiere haben sie hochgerechnet. So mit diesem Wert von ungefähr so 20 Euro pro Tonne, pro Kilo. Pro Tonne. Pro Tonne, ja. Pro Tonne, die üblicherweise auch so bei Atmosphäre, bei MyClimate zur Kompensation angesetzt werden. Da kommt man auf einen Wert von wahrscheinlich etwa 50 Millionen Euro plus, minus, weiß ich nicht, 20, 30 Millionen Euro. Also irgendwo in der Dimension, die MSC da wohl aufwenden wird dafür. Okay. Und wann soll das starten? Nächstes Jahr schon? Nächstes Jahr in ein paar Wochen. Also ab 1. Januar 2020. Okay. Bin ich mal gespannt. Es ist spannend. Also ich bin vor allem sehr gespannt, wie der Rest der Branche jetzt reagiert. Weil das ist natürlich eine ordentliche Hausnummer und das setzt den Rest der Branche ordentlich unter Druck auch irgendwas zu tun. Weil das wäre, glaube ich, für alle anderen großen Rädereien ziemlich peinlich zu sagen, lass MSC mal machen, wir machen nix. Also da bin ich, das ist eigentlich das, worauf ich am meisten gespannt bin oder was vielleicht so den spannendsten Effekt in der ganzen Branche auslöst, ist, dass da einer vorausgeht und sagt, wir machen das jetzt einfach mal. Und damit natürlich alle anderen ziemlich unter Druck setzt. Wir werden sehen. Also wir werden auch weiter darüber berichten. Ich bin auch da sehr, sehr gespannt. Aber es ist auf jeden Fall eine Entwicklung, die absolut in die richtige Richtung geht. Und ich hoffe, die ziehen das wirklich durch und andere ziehen hoffentlich nach. So, du warst ganz klimaneutral mit dem Zug. Naja, fast klimaneutral. Auch ein Zug braucht Energie. Ja, die ICEs in Deutschland fahren ja mit klimaneutralem Strom. Ah ja, okay. Also warst du klimaneutral unterwegs? Sehr, sehr, sehr gut. Allerdings auch deutlich länger. Du bist dann irgendwann in Hamburg angekommen am Schiff, nämlich am neuen Schiff der MSC. Also genau genommen war ich nur eine Stunde zu spät. Ich bin halt zweieinhalb Stunden früher zu Hause losgefahren. Okay. MSC Grandiosa heißt das neue Schiff. Wo ist das gebaut worden? In Papenburg? Äh, nee. MSC hat, glaube ich, noch nie. Ach so, ja, die machen ja in Finkanteri, ne? In Finkanteri, das nächste Projekt wird bei Finkanteri geben. Okay. Ehrlich gesagt habe ich so ein bisschen den Überblick verloren, weil die gerade so viele Baureihen parallel bauen. Die MSC Grandiosa ist jedenfalls in Frankreich bei Chartier-Latant-Lat-Lat-Lat-Lat-Lat. Ach, dieses Wort, diese Rederei. Früher hießen sie STX, da konnte man das aussprechen. Jetzt haben sie wieder ihren früheren Namen. Chartier-Lat-Lat-Lat-Lat-Lat, so wenn ich es ganz langsam ausspreche, kriege ich es hin. In Saint-Nazaire. Also eine ganz, ganz traditionsreiche Werft in Frankreich, wo ja schon ganz viele schöne Schiffe gebaut wurden. Da ist die Grandiosa auch gebaut worden. Gut, und du bist in Hamburg aufgestiegen und in Hamburg wieder abgestiegen und dazwischen bist du ein paar hundert Meter gefahren für die Taufe? Genau, weil wir haben nur für die Taufe kurz abgelegt. Da ist das Schiff bis zu den Elbterrassen vor, an der Elbphilharmonie vorbei, bis zu den Elbterrassen vorgefahren. Da war der Hafen so schön blau beleuchtet. Ich glaube, die MSC Grandiosa selber war auch ein bisschen blau beleuchtet. Diesen Blue Port von demselben Designer, der das Blue Port auch zu den Cruise Days immer macht. Schön beleuchtet gewesen. Ja, zur Taufe, Riesenfeuerwerk, auch eine tolle Veranstaltung offensichtlich an Land. Das sind also Sachen, die kann ich nur so vom Hörensagen erzählen, weil ich natürlich an Bord war. Und davon ja nur auf Bildschirmen was gesehen habe. Dafür habe ich die Taufe an Bord selber gesehen und zugeschaut aus nächster Nähe, wie Sophia Loren das Band durchgeschnitten hat, dass er dann diesen Mechanismus auslöst, dass die Champagnerflasche gegen die Buck knallt. Sophia Loren hat ja eine Flatrate für Taufen bei MSC, oder? Flatrate ist echt gut, ja. Es war ihre 15. Taufe von dem MSC-Schiff, ja. Okay, wie kommt es, dass alle Schiffe von ihr getauft werden? Da gibt es ja auch eine Geschichte drum, ne? Ja, also ich weiß es nicht ganz genau, da kann ich mich nicht mehr ganz genau erinnern. Aber Sophia Loren ist eine Schulfreundin vom Reedereichef. Also die kennen sich von früher Kindheit an aus Sorrent. Und da ist also eine ganz, ganz enge familiäre, freundschaftliche Bindung da. Und deswegen wird Sophia Loren auch, ja, solange es Sophia Loren gibt, glaube ich, wird sie auch die MSC-Kruseschiffe taufen. Was durchaus schön ist, also man kann auch sagen, wie langweilig schon wieder Sophia Loren, aber ich finde das jedes Mal wieder toll. Das ist eine wunderbare Frau, die, ja, die ist lustig, die hat Größe. Die taufen mit ihr sind jedes Mal schon festlich und schön. Und auch dieses Mal, nehme ich an, war es festlich und schön. Ich vermute, sie hat eine Flasche gegen den Bug geworfen und dann war das Schiff getauft. Ja, direkt werfen tut man heute die Flaschen ja nicht mehr. Die sind immer an so einem Mechanismus aufgehängt außen am Bug und werden dann durch entweder Knopfdruck, und in dem Fall wurde eben so ein Band durchgeschnitten. Und dann löst sich dieser Mechanismus und lässt also die Flasche gegen den Bug fallen. Das reduziert auch so ein bisschen das Risiko, dass die Flasche womöglich irgendeine große Delle an die falsche Stelle reinschlägt. Und es stellt auch ein bisschen sicherer, dass sie auch kaputt geht, die Flasche. Insofern also quasi ferngesteuert. Aber ja, das gehört zur Tradition dazu. Und bei MSC hält sich da auch ganz streng an die Regeln oder an den Aberglauben, an die Traditionen und lässt also die Flasche auch Steuerbord gegen den Bug knallen, obwohl das in Hamburg ein bisschen unpraktisch ist. Weil wenn du Steuerbord zur Landseite zeigen lassen willst, dann musst du dich mit dem Heck in die Strömung legen. Das ist gar nicht so lustig auf der Elbe. Also ein bisschen mühselig für die Navigationscrew. Aber Tradition ist Tradition, also macht man das so. So, MSC Grandiosa heißt das neue Schiff. Ist denn das Schiff wirklich so grandios, wie der Name verspricht? Mein Gott, das ist immer eine Frage der Sichtweise natürlich. Es ist, ich überlege gerade, es ist das größte Schiff von MSC auf jeden Fall. Im Moment ist eine Fortentwicklung der Meraviglia-Klasse. Also MSC Meraviglia, MSC Bellissima sind die ersten zwei Meraviglia-Klasse-Schiffe und jetzt ist eben die Grandiosa. Die ist, was ist sie, 15,6 Meter länger, hat auch 177 zusätzliche Kabinen und ist also dadurch eben, wie gesagt, einfach etwas länger, hat mehr Passagiere und dadurch an Bord sind so ein paar Bereiche ein bisschen größer geworden. So dramatisch sind die Veränderungen ansonsten im Vergleich zur MSC Bellissima, über die wir ja erst in diesem Jahr gesprochen haben, weil auch die Bellissima ist erst dieses Jahr in Dienst gestellt worden. Im Februar, glaube ich. Da hatten wir auch schon eine Podcast-Folge dazu. Es sind gar nicht so großartige Veränderungen. Die Meraviglia-Klasse ist halt eine Schiffsklasse, die sehr oder eher nach innen orientiert ist. Sie hat ein großes Pooldeck oben, wo man also, wenn man von vorne anfängt, gut, da ist ja der Yacht-Club, also dieser Suiten-Komplex mit einem eigenen Sonnendeck. Dann ist ein Solarium-Pool, der so ein zurückschiebbares Glasdach hat mit Whirlpool. Dann kommt ein ziemlich großzügiges, weitläufiges, offenes Pooldeck mit einem großen Pool, einen schönen Springbrunnen drin. Und nach hinten hin hat sie dann nochmal einen Pool am Heck und etwas erhöht oberhalb von dem Heckpool einen ziemlich großen Wasserspielplatz für Kinder oder für junggebliebene Erwachsene, die da vielleicht auch mitspielen wollen. Also Wasserspielplatz, so ein Hochseilgarten und zwei dicke, große Wasserrutscher oder drei. Wenn ich mir das Schiff jetzt... Das ist also so die Außendecks im Prinzip. Und der Rest des Schiffs, also es gibt auch kein Promenadendeck in dem Sinn. Und der Rest des Schiffs ist relativ nach innen orientiert. Also eher eigentlich ein Schiff für kühlere Fahrgebiete. Also sowas für das Mittelmeer im Winter. Da fährt die Grandiosa jetzt dann auch von Genua aus, glaube ich. Wobei die macht Interporting mit mehreren Häfen. Also da kann man verschiedenen Häfen zusteigen. Und also tendenziell eher für kühlere Fahrgebiete, wo man jetzt auch sagen muss, die MSC Meravilla, also das erste Schiff aus der Schiffsklasse, ist jetzt gerade erst in Miami angekommen und macht auch Karibikreisen. Also da, man kann sie wohl in warmen Gebieten auch setzen, aber besser geeignet, glaube ich, ist die Schiffsklasse eigentlich für kühlere Fahrgebiete. Wenn ich mir das Schiff jetzt von außen anschaue, das ist ein Schiff, ja, das sticht jetzt nicht durch ein auffälliges Design hervor. Sagen wir es mal so. Das ist für mich so ein typisches Hotelschiff, also wo von außen einfach nur die ganzen Balkone zu sehen sind und alles relativ gerade. Also nichts designt, wo man sagen würde, ja, das ist irgendwie was Besonderes. Also ich sage mal, so schön geht anders, oder? Ja, wobei, wenn du Schiffe in der Größe vergleichst, hat MSC eigentlich immer noch relativ schöne Formen von außen. Aber ja, natürlich Schiffe in dieser Größe, muss man ehrlich sagen, die werden nicht für Schönheit gebaut, sondern natürlich werden Schiffe, und das ist nicht nur bei MSC so, das ist bei allen Räderreihen so, Schiffe in dieser Größe werden gebaut, um Geld zu verdienen. Also jedes Schiff wird gebaut, um Geld zu verdienen, nur in dieser Schiffsgröße spielt einfach Schönheit von außen, klassische Formen wenig eine Rolle, weil Schönheit und klassische Formen würde bedeuten, man verzichtet auf sehr viel Umsatz, weil man an Stellen schön sein müsste, wo man stattdessen Kabinen einbauen kann. Und natürlich macht das keine Räderrei. Es wäre ja, also muss man ehrlich auch sagen, es wäre wirtschaftlich einfach doof, ein schönes Schiff zu bauen, was leider kein Geld verdient. Ja, macht nicht wirklich Sinn, klar. Aber wie gesagt, ich finde, selbst die Meravilla-Klasse, obwohl es frühere MSC-Schiffsklassen, die etwas kleineren, noch eine klassischere Schiffsform haben, ich finde die gar nicht so hässlich. Also ich finde, die haben noch wenig störende Elemente. Also letzte Woche oder vor zwei Wochen haben wir über die Norwegian Encore gesprochen. Die hat ja doch durch die oberen drei Decks, das seitlich herausragende, diese Plattform für die Kart-Rennstrecke, da sind schon so ein paar Elemente drauf, wo man vielleicht das Wort hässlich durchaus in den Mund nehmen kann. Solche Elemente hat jetzt die MSC Grandiosa nicht. Sie hat auch keine ausnehmenschönen Elemente, aber so jetzt auch nichts, was übermäßig stört. Das finde ich gar nicht so schlecht. Bevor man mal näher darauf eingeht, was man da so alles erleben kann auf diesem Schiff, vielleicht noch ein Wort zur Umwelttechnik. Du hast ja gerade gesagt, die Reederei möchte ja kompensieren. Aber natürlich kann man bei den Schiffen selber ja, gerade bei den neuen Schiffen ja auch einiges tun, um die einfach ein bisschen umweltfreundlicher zu gestalten. Was hat man sich da bei MSC bei diesem Schiff ausgedacht? Ja gut, in dem Bereich kann man sich nicht viel Neues ausdenken. Da macht man das, was technisch machbar ist oder was gesetzlich vorgeschrieben ist. Dadurch, dass die MSC Grandiosa später als 2016 auf Kili gelegt wurde, muss sie ja auch die strengeren Stickoxid-Werte erfüllen, die man nur erfüllen kann, wenn man einen SCR-Katalysator einbaut. Entsprechend haben sie einen Katalysator, was natürlich den Stickoxidausstoß drastisch reduziert. Sie haben einen Scrubber, um die Schwefeloxide und zum Teil den Feinstaub zu reduzieren. Also das sind alles Dinge, die sie letztendlich auch haben müssen. Es ist zwar toll, dass sie es haben, aber es ist jetzt keine Individualleistung, sondern es müssen alle anderen auch. Also auch eine Norwegian Encore hat einen Katalysator, einfach weil neue Schiffe das inzwischen haben müssen. Da führt gar kein Weg dran vorbei. Aber sie haben zum Beispiel den Landstromanschluss. Da hat MSC vorgerechnet, dass sie tatsächlich, wenn sie in allen Häfen Landstrom nutzen könnten, in Klammern, es gibt eben in nahezu keinem Hafen Landstrommöglichkeit, könnten sie pro Jahr aktuell 325.000 Tonnen CO2 einsparen, vorausgesetzt sie hätten Landstrom mit klimaneutralem Landstrom. Ich habe kürzlich mit einem Räder gesprochen, mit dem Chef einer Räderei. Das Interview wird auch irgendwann mal kommen hier bei uns, der mir gesagt hat, das große Problem ist beim Landstrom, der ist zu teuer, weil da sind halt viele Steuern drauf und deswegen ist das ein Problem. Viele Rädereien würden den gerne mehr nutzen, aber er ist einfach zu teuer im Vergleich zu dem üblichen Treibstoff. Also immerhin, das fand ich übrigens auch eine sehr spannende Sache, weil das wusste ich so nicht. Vielleicht wissen Hamburger das, aber ich wusste es nicht. MSC sagte, dass Hamburg in Steinwerder, sie haben ja in Hamburg-Altona gibt es ja Landstromanschluss, dass sie offensichtlich an dem großen neuen Kreuzfahrt-Terminal in Steinwerder bis 2022 auch Landstrom haben wollen. Und das, wo die Bundesregierung auch Landstrom generell fördert, sodass mittelfristig alle größeren deutschen Kreuzfahrt-Häfen Landstrom anbieten sollen. So, jetzt wenn man natürlich die Geschichte kennt von Landstrom, auch in Hamburg-Altona, wie unendlich lange das dann dauert, wenn man mal plant und dann ist es ein bisschen wie Berliner Flughafen, bis es tatsächlich da ist, dauert es viel länger als gedacht. Aber das kann man einfach mal abwarten und hoffen, dass es vielleicht schneller geht. Aber wie gesagt, wichtig ist natürlich auch immer, dass der Landstrom dann nicht aus einem Kohlekraftwerk kommt, weil dann bringt es nichts. Wobei, selbst wenn er vom Kohlekraftwerk kommt, ist es immer noch sauberer, als wenn die Dieselgeneratoren laufen. Das ist einfach so. Doch, das ist so. Na, da täuscht du dich. Er schüttelt den Kopf, aber ... Da täuscht du dich. Doch. Nein, das ist, also vor allem, was Klima, was Schadstoffe angeht, anderes Thema. Aber was Klimaneutralität angeht, sind die Schiffsmaschinen effizienter. Okay, gut. Dann nehme ich das einfach mal zur Kenntnis. Ja, das Problem ist, die Kilowattstunde Energie kostet oder ist höher besteuert bei Strom als bei Benzin oder Diesel. Das ist das große Problem. Fördern hieße einfach die Steuern da runtersetzen oder ganz entfernen davon, damit einfach der Strom günstiger wird als der Diesel oder beziehungsweise der Kraftstoff, egal welcher man nutzt. Und dass die dann eben umsteigen können auf Strom, was für die Anwohner natürlich viel, viel, viel besser wäre als wenn die Generatoren laufen. Ja, da steckt sehr viel Politik leider drin. Genau, da steckt sehr viel Politik drin. Und im Grunde warten viele Redereien, glaube ich, einfach nur drauf, dass es einfach günstiger wird, damit es sich einfach rechnet. Weil rechnen müssen sie halt auch. Ist ja klar. So. Wir waren bei Umwelt. Wir haben noch so ein paar Punkte, die man, glaube ich, bei der MSC Grandiosa durchaus noch mal aufzählen nennen sollte. Auch wenn vieles davon natürlich bei modernen Kreuzfahrtschiffen inzwischen unter Anführungszeichen normal ist. Was aber nicht heißt, dass es deswegen nicht weniger wichtig ist. Also Ballastwasseraufbereitungssystem, um Einschleppungen von invasiven Arten in andere Gewässer zu verhindern. Also so mit UV-Bestrahlung und sowas, wo wirklich Bakterien und Lebewesen abgetötet werden, bevor also zum Beispiel irgendwas von der Karibik in die Nordsee eingeschleppt wird oder andersrum. Eine Abwasseraufbereitungsanlage. Ja, haben auch alle Kreuzfahrten inzwischen die modernen, aber die sind halt wirklich auf einem Niveau wie an Land, dass das hinten fast Trinkwasserqualität rauskommt. Also oft ist das, was an Abwasser rauskommt am Ende, hat eine bessere Qualität als das Meerwasser, was vorher aufgenommen wurde, um Wasser an Bord zu erzeugen. Das, glaube ich, muss man immer berücksichtigen. Was sie haben, ist eine intelligente Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlage. Das ist eine spannende Technik, die halt selbstlernend über die Zeit auch rausfindet, wie sie steuern muss, damit eben möglichst wenig Energie verwendet wird, damit die Temperaturen in den Räumen immer passen, dass der Pool die richtige Temperatur hat. Also das sind ganz, ganz viele auch elektronische Systeme, die einfach Dinge, die man vorher so ein bisschen von Hand per Pi mal Daumen gesteuert hat, die elektronisch und automatisch inzwischen funktionieren und dadurch doch große Einsparungen möglich sind. All solche Sachen zusammen, sagt MSC, erreichen sie bei der MSC Grandiosa einen Kraftstoffverbrauch, der 28 Prozent unter dem der Fantasiaklasse liegt. Und die Fantasiaklasse, das ist eine Schiffsklasse, die ist von 2008 bis 2013 gebaut worden, also gerade mal etwas weniger als zehn Jahre älter und in der Zeit knapp 30 Prozent Kraftstoffeinsparung, eben durch all diese vielen Maßnahmen. Das ist auch bei anderen Reedereien ähnlich bei der Fortentwicklung, aber es ist schon immer wieder bemerkenswert, dass einfach innerhalb von zehn Jahren gleich mal fast 30 Prozent weniger Treibstoffverbrauch erzielbar sind mit den ganzen vielen Maßnahmen, die ergriffen werden und für die es jetzt keine gesetzlichen Vorschriften gibt, was aber natürlich im Interesse der Reederei liegt, weil Treibstoff ist einer der größten Kostenfaktoren und wenn man Treibstoff sparen kann, spart man ja eine Menge Geld. Insofern geht da mal finanzielle Interessen und Umwelt, Natur und Menschenschutz doch aus Hand in Hand. Lass uns mal über das Schiff selber sprechen, was der Passagier da erleben kann. Du warst anderthalb Tage auf dem Schiff, da kann man jetzt nicht alles sehen oder sehr wenig sehen, muss man auch ehrlich verstehen. Man kann alles sehen, aber man kann es nicht wirklich erleben und erfühlen. Genau. Das ist bei so ganz kurzen Reisen. Aber du hattest eine Kabine, ich nehme an, eine Balkonkabine, so wie immer. Nein, 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 ich hatte eine Außenkabine, stell dir das mal vor. Ja gut, das ist ja fast dasselbe. Außenkabine, Balkonkabine, fast dasselbe. Nö, also da ist mir dann schon... Im Winter sowieso. Also innen oder außen schon fast egal. Balkon ist mir vor allem eigentlich immer wichtig, weil ich gerne einfach rausgehen möchte. Ich möchte wissen, wie warm es draußen ist. Ich möchte zum Fotografieren schnell rausgehen können. Nur jetzt auf der unter Anführungszeichen Reise, wo wir hier nicht gereist sind, war das wirklich ziemlich schnurzegal. Es war einfach ein Bett zum Schlafen und ich hatte eh wenig Zeit dazu. Und die Kabine war in Ordnung soweit? Ja, also die Kabinen sind nichts Überwältigendes, nichts Sensationelles. Aber durchaus insofern interessant, als dass sie... Also sie sind einfach sehr pragmatisch. Die haben viel Stauraum, viel Platz im Schrank. Im Bad sind viele Ausstattungen, die durchaus bei teureren Rädereien, bei auch Premium-Rädereien zum Teil nicht da sind. Also sowas wie eine Fußstütze in der Dusche, eine Wäscheleine, solche Sachen. Insofern sehr, sehr ordentliche Kabine. Da kann man nicht jammern, nicht riesengroß. Gerade auch das Bad ist so ein bisschen klein, aber einfach praktisch. Und das ist hauptsächlich das, was man von einer Kreuzfahrtschiff-Kabine braucht. Das ist mir immer lieber, wenn es praktisch ist und alle Features da sind, die man nützlicherweise verwenden kann, als wenn irgendein wunderschönes Design gemacht wird und man leider aber noch nicht mal weiß, wo man seinen Koffer hinstellen soll. Insofern war eigentlich alles okay. Okay, schön. Und dann gibt es natürlich verschiedene... Wenn man es sich leisten kann, kann man natürlich im MSC Yacht Club wohnen. Das ist so ein separat abgetrennter Bereich mit Suiten, die dann eben ihre eigene wunderbare Lounge haben, ihr eigenes Restaurant mit Glasfront nach vorne, mit Ausblick, ihr eigenes Sonnendeck-Pool, Whirlpools, eigenes Grillrestaurant am Freien, am Außendeck oben. Das ist immer wieder bei MSC auf den großen Schiffen ein Highlight und erstaunlich fast gar nicht so wahnsinnig teuer. Das Schiff hat verschiedene Restaurants und so weiter. Du konntest sie jetzt nicht wirklich austesten, wie es denn so schmeckt. Das hast du mir im Vorfeld gesagt, weil du einfach zu kurz auf dem Schiff warst. Aber gab es da Änderungen im Restaurantkonzept oder alles wie gehabt? Nicht dramatisch viel. Es gibt ein neues Restaurant, das Il Campo. Das ist für die Passagiere der etwas teureren Kabinenklassen, nämlich der Aurea-Kabinen. Oder Suiten sind es, glaube ich. Die haben jetzt also ein eigenes Restaurant. Die waren früher immer in einem der Hauptrestaurants in einem separaten Bereich. Das ist also nochmal ein Schritt, eine Aufwertung für diese Kabinenkategorie nochmal. Wer die Meravilla oder Bellissima kennt, dort war das Steakhouse des Butchers Cut. An der Stelle liegt jetzt das Aurea-Restaurant. Dadurch, dass das Schiff etwas länger geworden ist, hat man dort ja mehr Platz, sodass das Butchers Cut auf die andere Seite gegenüber gewandert ist. Ist in der gleichen Größe geblieben. Daneben ist dann Teppanyaki. Es ist ein Sushi-Restaurant da auf der Ebene auch daneben. Also das ist alles eigentlich ziemlich ähnlich gewesen. All diese Restaurants liegen an der Galeria. Das ist so eins der großartigen Features, glaube ich, auf der Meravilla-Klasse, die sehr besonders sind. Ist eine zwei Decks hohe, jetzt in dem Fall 93 Meter lange Promenade, Innenpromenade. Das Spannende dabei ist das Dach. Oder die Decke, die ist gewölbt halbrund und besteht komplett aus LED-Bildschirmen quasi. Ein LED-Display, sodass die Decke ständig wechselnde Bilder anzeigen kann, Videos anzeigen kann. Einfach mal eine wunderschöne Buntglas-Decke simulieren kann, einen Sternenhimmel simulieren kann, alles Mögliche. Selbst so kleine Videoshows mit einer Dinosaurier-Landschaft oder mit fliegenden Ballons oder solchen Sachen kann man da simulieren. Also einfach sehr, sehr variabel, was das Ambiente, was die Stimmung auf dieser Promenade angeht. Das ist was Einzigartiges auf der Schiffsklasse. Was sich geändert hat, und das gefällt mir extrem gut, das ist wirklich sehr, sehr, sehr viel schöner geworden als bisher, ist das L'Atelier Bistro. Also ein französisches Bistro und Restaurant, also zuzahlungspflichtig, klassisch, wirklich so ein richtig schönes französisches Bistro mit Bistrotischchen und war es bisher und mit Bar. Und jetzt haben sie das deutlich größer gemacht. Das ist jetzt also ein Restaurantbereich mit Tischen mit Bedienungen, nochmal ein kleiner abgetrennter Raum für so private Veranstaltungen, ein Barbereich mit so Stehtischen und eine Art Lounge mit Bistrotischen und einer kleinen Bühne für eine Live-Musik-Band. Das ist alles sehr, sehr hübsch geworden. Und sie haben was echt Besonderes. Sie haben nämlich an der einen langen Wand in diesem Bistro hängen 26 Originalradierungen von Edgar Degas. Und zwar diese, du kennst die ja wahrscheinlich, hast du bestimmt irgendwo schon mal auch gesehen, diese Balletttänzerinnen, diese Radiererinnen. Ja, selbstverständlich, ja, klar. Wunder, wunderschön. Das sind wirklich 26 Originale, die da hängen, hinter Glas. Also gut geschützt. Also ein wunderschönes, kleines Impressionistische, also Museum von impressionistischen Radierungen von Edgar. Finde ich was Besonderes und macht eine sehr, sehr hübsche Stimmung dort. Also gefällt mir sehr, sehr gut. Und auch so das Essen. Wir haben ein paar Häppchen zum Probieren gekriegt dort. Also mehr nicht, aber mittags macht MSC auf diesen Einführungsfahrten immer so ein, gibt es in jedem dieser Spezialitätenrasten so ein paar kleine Häppchen, dass man ein grobes Gefühl dafür kriegt, wie das so schmeckt. Das war sehr lecker. Und also ich möchte echt gerne mal mit so einer Schiffsklasse fahren, um das Essen auch immer richtig auszubauen. Ich werde demnächst wahrscheinlich auch auf ein Meravilla-Klasse-Schiff fahren. Da kann ich dann genau über die Themen ein bisschen ausführlicher berichten, weil ich da etwas mehr Zeit für solche Sachen dann habe. Also das Restaurant scheint mir wirklich, oder dieses Bistro ist wunderschön geworden. Das gefällt mir richtig gut. Was gibt es sonst noch Neues? Ja, also was wir zu essen bekommen haben, war zwei Gala-Menüs, die von Harald Wohlfahrt, also einer der bekanntesten deutschen Köche, der über 25 Jahre lang drei Sterne hatte, von Harald Wohlfahrt entworfen war, der auch, glaube ich, ein Menü im Yachtclub entworfen hat und zusammen mit vielen anderen Spitzenköchen, Sterneköchen, die MSC ja engagiert hat, immer auch im Hauptrestaurant ab und zu mal ein einzelnes Gericht oder sowas auf der Karte hat. Jetzt kann man natürlich wirklich nicht erwarten, dass man im Hauptrestaurant bei MSC drei Sterne Qualität kriegt, aber es ist, ja, kann sagen, man hat was gegessen, was Harald Wohlfahrt entworfen hat. Und auf unserer Reise, die Gala-Menüs, die waren ziemlich lecker. Also dafür, dass ja auch für mehrere tausend Leute gekocht werden musste, war das schon, ich glaube, an der oberen Grenze dessen, was man schaffen kann, wenn man für so viele Menschen kochen muss. Okay. Was wird denn gemacht für die Unterhaltung der Passagiere? Cirque du Soleil ist ja ein Stichwort, was da immer wieder fällt, im Zusammenhang mit MSC, ich nehme an, da gibt es auch wieder den Cirque du Soleil auf dem Schiff. Genau, also Cirque du Soleil ist ein fester Bestandteil, das Konzept von der Meravilla-Klasse. Und es gibt auf jedem dieser Schiffe eine speziell für Cirque du Soleil gebautes Theater, die Karussell-Launch. Und jeweils für das Schiff zwei speziell dafür entwickelte Shows. Also es ist tatsächlich jetzt so, dass Cirque du Soleil, ich weiß nicht jetzt, glaube ich, mit diesem Schiff oder mit dem nächsten Schiff, kann ich mich nicht mehr erinnern, mehr Shows, mehr verschiedene Shows auf See als an Land anbietet. Also es sind jetzt eben auf der Meravilla, auf der Bellissima jeweils zwei Shows und auch für die MSC Grandiosa hat Cirque du Soleil wieder zwei neue Shows entwickelt. Ja, anschauen durfte ich leider keine von den beiden. Also eine ist jetzt schon im Betrieb, die zweite kommt in den nächsten Wochen. Blöderweise ist Cirque du Soleil jetzt aber ein Unternehmen, das extrem hohe Qualitätsansprüche hat. Das ist gut. Das für mich Unangenehme ist nur leider, dass sie, weil sie in der Einführungsphase sich glauben, noch nicht ganz perfekt zu sein, schlicht und einfach eine zwei Wochen Pressesperre verhängt haben. Das heißt, Journalisten kommen erst in zwei Wochen in diese Shows rein. Vorher darfst du nicht rein. Dürfen nur normale Passagiere rein, die potenziell nicht darüber berichten. Das heißt, wer sehen will, wie diese Show von Cirque du Soleil ausschaut, würde ich empfehlen, einfach ins Internet zu gehen, weil es waren einen Haufen Reisebüros schon da und haben natürlich auch Fotos gemacht. Das heißt, man findet online ganz viel. Nur Journalisten durften leider keine rein. Nicht die Schuld von MSC. Und ich verstehe es auch, wenn Cirque du Soleil sagt, wir wollen das erst zeigen, wenn wir absolut perfekt sind. Ja, also auch hier wirklich zwei Cirque du Soleil Shows, zwei neue wieder drin. Und sie haben auch das Theater nochmal wieder ein bisschen aufgerüstet, noch ein bisschen mehr Bühnentechnik reingebracht. Unter anderem auch sogenannte kinetische LED-Lichter, also bewegliche Lichtquellen, die einfach nochmal für zusätzliche Effekte drin sorgen. Beschreiben, wie es aussieht, kann ich nicht, weil, ja, wie gesagt, ich war ja nicht drin. Bei Gelegenheit mal nachholen vielleicht. Also da sicher so das Show-Highlight ist Cirque du Soleil, aber es gibt immer ein ganz normales Theater natürlich. Und mit Produktionsshows, so wie man das bei internationalen Reedereien gewohnt ist, da haben wir auch eine gesehen, die war ziemlich brauchbar, die hat Spaß gemacht, die war lustig, gute Stimmen, gute Show-Acts. Das war ein, ja, was soll man da sagen, so ein Schlangenmann, also so ein Mann, der seinen Körper ganz fürchterlich verrenkt hat, wo einem einfach nur der Mund offen stehen bleibt, dass sowas möglich ist mit dem Menschenkörper. Also das, was man eigentlich so von Kreuzfahrtschiffen international kennt, an Show-Qualität ist da gegeben. Das kann man auch beim SC inzwischen wirklich in einer hohen Qualität bekommen. Ansonsten, ja, ganz viel. Eine Virtual Reality, Formel-1-Simulator, 4D-Kino, also ganz viele solche Sachen sind da auch vorhanden. Es gibt für die Kinder einen großen Wasserpark, das habe ich ja vorhin schon mal angesprochen, denke ich, den Hochseilgarten. Also da ist, ja, viel geboten, was man so tun kann, wenn einem zufällig langweilig werden sollte auf so einer Kreuzfahrt. Was ich auch gehört habe, man kann mit den Drohnen über dem Schiff fliegen. Also normalerweise ist das ja verboten, also wirklich verboten, mit einer Drohne über ein Schiff drüber zu fliegen, vor allem auch vom Schiff aus da zu fliegen. Da geht das scheinbar, oder wie habe ich das falsch verstanden? Ja, nicht direkt übers Schiff, aber es ist wirklich so. Also viele Reedereien lassen die Drohne, lassen dich mit einer Drohne sogar nicht mal an Bord und konfiszieren die beim Einsteigen. Bei manchen darfst du sie mitnehmen, aber an Bord nicht benutzen. Bei MSC darfst du das eigentlich auch nicht, aber für Teenager geht es dann doch. Sie haben nämlich eine Drohnenflugschule quasi im Teenager-Bereich, wo Teens das Fliegen von Drohnen, von kleinen Drohnen lernen können und dann an Bord ein Drohnenrennen, ein Drohnenhindernisrennen absolvieren können, fliegen können. Auf der MSC Grandiosa, so wie auf den beiden anderen Meravilla-Klasschiffen auch, gibt es nämlich eine Art, ja, wir würden es Turnhalle nennen, ganz trivial. Der Sportplex ist ein Indoor-Multifunktionsraum, Basketballhalle und in dieser Halle, die da doch ziemlich groß ist, dürfen die Teens tatsächlich mit der Drohne fliegen. Aber ansonsten ist auch auf der MSC Grandiosa wirklich Drohnen ein absolutes Tabu. Schade. Leider. Ich würde so gerne mal mit einer Drohne über ein Schiff fliegen, während der Fahrt. Ja, Teen müsste man sein, dann darf man das zumindest im Innenraum. Gut, das war also wieder eine neue Folge und wenn Sie uns unterstützen möchten, auch finanziell, dann können Sie das gerne tun und zwar finden Sie alle Informationen auf der Webseite, es ist ja bald Weihnachten, ja, da können Sie uns ja ein kleines Weihnachtsgeschenk, wäre nett. Gut, das war es aber für heute und wir hören es in zwei Wochen spätestens wieder, Franz, und bis dahin wieder mit einem bunten Strauß schöner Themen. Bis dann, Ciao. Bis dann, Ciao, Servus.